Hallo, schönen guten Tag. Wir sind hier bei Kondier & Co. Ich habe heute ein Experiment vor. Und zwar rasiere ich das erste Mal André. Ich habe vollstes Vertrauen. Ich habe leichte, zitrige Hände. Aber es ist nicht schlimm. Mal streicheln, bevor er weg ist. Mach mal Schnurrbart weg. Wer schnurrbart? Der kommt weg. Mach weg. Wir lassen das, oder? Schmeckt? Hast du schon mal nass rasiert? Nein. Scheiße. Ich habe vollstes Vertrauen. Ich vertraue mich selber nicht. Doch, doch, doch. Sicher? Schon ein bisschen drücken. Mein Bestes gegeben. Ich hatte schon entspanntere Shave Downs. Da muss ich ganz ehrlich sagen, jemand rasieren zu lassen, der noch nie selber nass rasiert hat, ist mit Puls. Aber das Ergebnis ist, glaube ich, gut. Und jetzt fängt November an.